Ihr dachtet es geht schon weiter mit dem nächsten Thema? Tja, falsch gedacht, wir machen heute nochmal Lampai, weil mir noch ein paar Tricks aufgefallen sind, die ich euch tatsächlich noch nicht gezeigt habe und die kann ich euch einfach nicht vorenthalten und das wird wahrscheinlich jetzt hier sich auch ein bisschen durch die Serie durchziehen, das tut mir sehr leid, aber es ist auf jeden Fall nützlich, wenn ihr sehr sehr coole Tricks natürlich kennt. Okay, lasst uns anfangen, ich würde sagen, wir starten mit dem Erstellen von den Arrays und hier haben wir ja bisher schon einige Varianten kennengelernt. Wir kennen jetzt hier ein R als np.array und dann kann ich hier einfach eine Liste angeben, zum Beispiel 1, 2, 3, 4. Natürlich kann ich dann auch die ganzen anderen Sachen machen, das haben wir ja alles kennengelernt. Das ist jetzt allerdings nur eine Variante, wie man das machen kann. Ich kann ein Array auch als Ones erstellen, das kennen wir auch schon. Hier muss ich dann natürlich angeben, wie groß das Ding sein soll. Sagen wir einfach mal 42 und dann printen wir das mal. Und wir kennen natürlich die Möglichkeit, das Ganze über die Nullen zu erstellen, also np.zeros, auch 42 Stück zum Beispiel. Wenn wir das ausführen, dann bekommen wir natürlich ein Array mit 42 Zeros, in diesem Fall mit dem Datentyp Float. Der ist hier bei uns Standard, wir können ihn aber natürlich ändern. Das kennen wir schon. Wir wollen allerdings jetzt auch noch ein paar andere Sachen kennenlernen, die ihr noch nicht kennt. Und zwar einmal haben wir hier auch noch die Möglichkeit, wie man eigentlich Arrays erstellen kann, und zwar über eine Range. Wir können hier natürlich sowas ähnliches wie die Range-Funktion von Python verwenden und das halt bei NumPy. Okay. Die schimpft sich, oder was heißt schimpft sich? Die nennt sich A-Range und gibt euch an, von wo bis wo das Ganze sein soll. Das heißt, wir können sagen, einmal von ganz gerne 0 bis, oder fangen wir doch einfach mal bei was Negativen an, von minus 42 bis plus 1337. Und wir können angeben, welche Schrittweite wir hier drin haben. Das heißt, sowas wie eben zum Beispiel 42. Jetzt kriegen wir quasi alle Zahlen, die da reinfallen. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das heißt, wir fangen bei minus 42 an. Mit einer Schrittweite von 42 ist offensichtlich die nächste Zahl 0, dann 42, 84 und so weiter und so fort. Unsere höchste Zahl wäre 1337, aber das geht hier nicht mehr, weil die 42 hier nicht mehr reinpassen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie ihr das erstellen könnt. Natürlich könnt ihr auch standardmäßig einfach 1 einstellen und habt dann damit eine Schrittweite eben von 1. Was ihr nicht machen könnt, ist natürlich eine 0 hier reinpacken, dann habt ihr Schwierigkeiten. Ja, Division bei 0 ist klar, denn das wird nicht mal gefangen hier. Wenn ihr hier von minus 42, 0 weitergeht, dann landet ihr natürlich auch wieder bei minus 42 und dementsprechend habt ihr ein unendliches Array. Das macht keinen Sinn und geht natürlich nicht. So, was wir auch machen können, dazu kopiere ich uns das jetzt einfach mal ganz kurz. Wir können hierher gehen und sagen 42,5 bis 1337,2 und wir können hier sagen 4,2 ist unsere Schrittweite. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Badam, es klappt wunderbar. Also auch das ist möglich. Ihr seid hier nicht limitiert auf Integer-Ganzzahlen. Ihr könnt aber auch einen linear verteilten Raum wählen. Okay. Und diese Möglichkeit, die ist wirklich jetzt ein echter Trick. Die anderen davor waren ja einfach quasi bloß Funktionen. Und zwar der Lin-Space nennt sich das ganze Ding. Wir können hier sagen, okay, wir hätten ganz gerne minus 42 als Startzahl. Wir hätten ganz gerne 1037,2 als Endzahl. Und wir hätten ganz gerne, und deswegen ist das hier jetzt auch gelb, so und so viele Zahlen innerhalb unseres Arrays. Das heißt, wir sagen jetzt nicht mehr die Schrittweite. Ich schreibe hier mal dazu mit Schrittweite. Sondern wir haben hier drin jetzt tatsächlich die Möglichkeit, die Anzahl an Zahlen anzugeben. Also mit der Größe, beziehungsweise eigentlich mit der Länge, unseres Arrays zu arbeiten. Wir sagen jetzt hier, wir wollen ganz gerne 100 Zahlen haben. Und die sollen alle exakt gleich verteilt sein. Schaut euch das mal an. Die sind nämlich jetzt genau gleich, also was heißt genau, so genau wie nur irgendwie möglich dazwischen verteilt. Also wir starten mal minus 42,5, Achtung, hier hinten mal 10 hoch 1, ja. Dann gehen wir zu minus 28,56 irgendwas und so weiter und so fort. Wir haben 100 Zahlen, die jetzt gleich verteilt in diesem Raum sind. Das ist eine ziemlich große Hilfe, wenn man irgendwie sowas mal braucht. So, dann haben wir natürlich noch np.full. Das sieht dann folgendermaßen aus. np.full liefert euch ein, eigentlich genauso wie Ones und Zeros, ein Array, das eben gefüllt ist mit einer Zahl und zwar in einer Shape, die ihr angebt. Also sowas wie zum Beispiel 2,3. Und ihr hättet ganz gerne überall die Zahl 42 drin, weil ihr die so toll findet, was ich absolut nachvollziehen kann. Dann habt ihr hier eben genau ein 2,3-shapeiges Array mit eurer 42 an jeder einzelnen Stelle. Selbstverständlich geht das auch. Okay, es gibt aber vor allem in der linearen Algebra immer mal wieder das Problem, wir brauchen die Identitätsmatrix. Jetzt, was ist eine Identitätsmatrix? Naja, eine Identitätsmatrix ist erstellt über I und dann seht ihr auch schon direkt, wie das ganze Ding aussieht. Wir können hier die größere unserer Identitätsmatrix angeben, zum Beispiel 42 und dann sieht das ganze Ding so aus. Eine Identitätsmatrix hat exakt gleich viele Dinger in der Zeile, wie in der, äh, gleich viele Zeilen, wie sie spalten hat. Also Zeilen, das da, 1, 2, 3 und so weiter und so fort, ähm, 40, 41, 42. Und hier starten wir genauso 1, 2, 3, bla bla bla, 40, 41, 42. Wir haben genau 42 auf 42, also unsere Matrix hat jetzt 42 auf 42 Einträge und jeder Eintrag von dieser Matrix ist exakt 0. Außer den Einträgen auf der Diagonalen, die sind exakt 1, also 1, 0, 1, 0, 1, 0, aber nur die auf der Diagonalen, das heißt, der Eintrag an 0, 0, der Eintrag an 1, 1, der Eintrag an 2, 2, der Eintrag an 3, 3 und so weiter und so fort, an 40, 40, 41, 41, äh, beziehungsweise 39, 39, 40, 40, 41, 41. Ihr könnt natürlich solch eine Identitätsmatrix einfach nur mit diesem Parameter hier erstellen, denn die sehen immer gleich aus. Eure 3x3-Identitätsmatrix sieht dann natürlich kleiner aus, aber im Endeffekt hat sie dieselbe Struktur. Für euch ist nur wichtig, was für eine Dimension hat diese Identitätsmatrix, ansonsten bleibt alles gleich. Okay, und selbstverständlich, gut, machen wir es einfach zur Vollständigkeit noch und fertig hier. Ähm, wir können auch über Random selbstverständlich uns eine Random-Matrix erstellen lassen, und zwar mit Random, ähm, und wir geben hier quasi die Größe an, dann kriegen wir einfach zufällige Werte hier rein und das sieht dann so aus, also hier dann das da, äh, irgendwelche zufälligen Werte. In diesem Fall sind das zufällige Float-Werte, weil wir natürlich hier als Datentypen Float haben. Wenn ihr keinen Float haben wollt, könnt ihr das natürlich auch angeben in euren D-Type, der ist ja immer dabei. So, und das Letzte, das wir hier auch noch machen können, oder machen müssen einfach, damit es vollständig ist, ist natürlich Empty. Äh, über Empty könnt ihr euch eine leere Matrix erstellen, ähm, auch mit einer gewissen Shape, sagen wir hier auch wieder mal 2,3, und eure, ähm, ja, eure Matrix sieht dann so aus, wobei das zufällige Zahlen sind. Die sind nicht irgendwie vorgefertigt, das sind einfach Zahlen, die sozusagen noch da standen an der Speicheradresse, und die ihr jetzt halt einfach hier verwendet. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, ihr könnt euch nicht drauf verlassen, dass irgendwas in diesen Werten auch richtig ist. Also wir sehen hier e hoch minus 323, das ist schon ziemlich, ziemlich kleiner Wert. Das könnte tatsächlich auch ein Rundungsfehler sein, aber gut. Ja, und das sind so die, alle wirklich, alle Möglichkeiten, zumindest die, die ich kenne. Vielleicht habe ich eine vergessen, die dürft ihr mir ganz gerne mal schreiben dann, aber zumindest sind das mal, glaube ich, die aller, allerwichtigsten und die allermeisten Funktionen, über die ihr ein Array erstellen könnt. Und ja, vielleicht hilft euch die ein oder andere Variante davon. Speziell bei Linspace könnte ich mir vorstellen, dass es noch sehr nützlich sein wird. Oder auch die AI-Funktion hier. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.